Am Samstag, den 19. März, war Wattens der Austragungsort für den bereits 32. Wissenstest des Bezirksfeuerwehrverbandes Innsbruck-Land gemeinsam mit dem Bezirk Innsbruck-Stadt. 258 motivierte Floriani-Jünger nahmen erfolgreich am Wissenstest in den Kategorien Bronze, Silber und Gold teil. Ein toller Tag, veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr Wattens, bot neben dem Wissenstest auch noch ein tolles Rahmenprogramm für die Jugendlichen. So konnten insgesamt 33 Jugendgruppen aus dem Bezirk Innsbruck und Innsbruck-Land samt der 85 Betreuer die neu gestalteten Swarovski-Kristallwelten besuchen. Für Spannung und Spaß war bestens gesorgt, vor allem im neuen Spielturm der Kristallwelten. Dem aber nicht genug waren in der Sporthalle in Wattens Stationen mit verschiedenen Ballsportarten vorbereitet. Nicht nur die Mädels und Jungs waren begeistert, auch die Betreuer hatten einen unterhaltsamen Nachmittag. Wir wollen der Feuerwehr Wattens zur gelungenen Veranstaltung gratulieren. Die Vorbereitungen für den großen Tag haben sich sichtlich gelohnt. Vor allem aber verdient der unermüdliche Einsatz der Feuerwehren im ganzen Land ein großes Dankeschön. Deshalb ist es umso toller mit anzusehen, dass auch für reichlich Feuerwehrnachwuchs gesorgt ist. Ein weiterer Dank gebührt aber allen Teilnehmerinnen und den Jugendbetreuern für die umfangreichen Vorbereitungsarbeiten für den Wissenstest. Ohne ein tatkräftiges Miteinander wäre das alles nicht möglich gewesen.